Kedira 2-1 gegen Cottbus, Meister zu 7. Weißt du jetzt, wieder YouTube hier. Scheiß, Schule, Frau, wie will ich hier anzeigen oder ausblenden, Digga? Als ob wir hier ein Family Free Channel sind, Alter. Einblenden. Wollt euch auch irgendwas Geiles zu essen und gönnt euch jetzt einen schönen Auswärtstreier in Darmstadt, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Geht das einfach. Klar, schöner Pass. Was macht Breglo auf dem Altenmeterpumpt? Der Ball geht schön durch, Philipps ist einfach nicht schnell genug und setzt sich nicht durch. Und zack, aus dem absoluten Garnichts. Aus dem absoluten Garnichts. Ja! Ja, Junge! Ja, Junge! Bona! Sosa! Immer noch keine gute Halbzeit, aber wir haben wenigstens zum perfekten Zeitpunkt jetzt mal das fucking 1-1 gemacht. Immerhin das. Ach, komm, ey. Was bringt denn das scheiß 1-1 jetzt? Was bringt das? Gar nichts bringt es. Null. Also, ich muss es nicht beenden. Ja, ich muss es nicht beenden. Ja.